Hi Leute, heute machen wir mal ein Let's Play über unsere Mine, wie ihr am besten in einer Mine arbeitet. Es leckt ein bisschen, aber ja. Wozwar sind wir hier in unserer Mine. Hier kann man mit der ManCard wieder rausfahren. Ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt nicht vorgestellt in CapReds, dann ist der Mark. Ähm, ja. Hörst du uns? Hm? Hörst du uns, Mark? Ja. Hi. Okay, es leck ich dir noch nicht. Wieder ein bisschen zu Glück. Fünfzehn FPS, nur sechzehn. Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist so, das ist so, was? Ja, okay. Da habe ich noch was nicht weiß. Du bist ja nicht, wir werden zu crush. Was machst du da? Es nimmt dich einen Weg. Ja, wo bist du, du? Bist du da jetzt nicht genau? Bist du da hochgegangen? Bist du draufgegangen? Ach, ach 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 ach! ab ich habe jedoch scheiße vorjahre mehrmals ein Netzwerk warum haben die Geraden um die andere haben vor ein paar Tagen also gestern wir haben jetzt ein wir haben einen riesen Diamant vollkommen gefunden wenn ich glaube da war so ungefähr 35 Diamanten nicht wirklich viel Platz also es war da hat mir wirklich ein großes Glück er hat mir nicht abgenommen das Programm ist angestellt ja das war nicht so am Weg gefunden oh mein Gott wie geil ist das Bauer mein Kopf das hier ich werde immer so lecken ja ok warte mal bist du gerade runter gesprungen ja ok leck ja warte mal ich geh mal wieder zurück ein bisschen vielleicht geht es dann besser ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht was es da hat also ich werde mal Minecraft ein bisschen mehr Ranty weil so wird es dann so wird es los und man sieht Die hier wird das anhalten, keine Saison, das ist nicht so nötig. Die hier dann noch stimmen. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh, krass, die hier, die an den Sack wird. Sacrament! Sacrament nochmal! Ja, guck mal. Scheiße! Zwei FPS! Wenn es bis 17 Uhr noch so bleiben würde, wäre es noch besser. Aber wenn das so ist... Bist du noch da? Mhm. Ich baue gerade den Weg runter. Ah, ich habe dich gar nicht gemacht. Ach so. Ja, so nebenbei mal, wenn ich hier so quatschen. Wenn jemand Lust hat, davon werden wir selber zu spielen, ja, melde durch. Ähm, ja. Weiße, ja, unser... unsere Webseite wird hier immer angezeigt. Entschuldigung, ich habe kurz was getrunken. Ähm, bist du jetzt? Ich bin schon unten. Hey, warte mal, lass mich mal was probieren. Ich gehe jetzt kurz mal, ähm, aus dem Spiel raus. Ich bin schon unten. Ich n самого oben. Ihr geht weit. El sistemas haben bemerkt, niemand. Bist du 창empelganzen? Da werde ich nicht gepuuke? Ja, hier warte mal,inally? warte mal. Ugand hast du mal, du hast du mal abgeräusper British. Oh глуб곡진. Ich glaube direkt, skul. ich bin fertig kommst du? wär ich? mhm manch wartet mal, Scheiß, 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 Dreck warum hab ich jetzt hier nicht? mhm ja, du hast mich kaputt, aber nicht ja ja ähm ich ruhe hier ich ruhe an ähm ich mach da mal Entschuldigung ja die Sterbe ich bin labe gefallen nein 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 ich bin tot Mann, komm schon ja, Max Lashback ich glaube in diesem Fall können wir das erlauben ja, das Problem ist, ich hab keine Dilmanten ja, Max Lashback hab ich ja, was ist jetzt? äh, das bleibt ja noch mal was vor ja ich bin mir die Scheiß-Laber gefallen ja, ich hab ja gesagt, ich soll es mal aufpassen kann man dann nicht schließen ich bin direkt erwähnt ich komme mir vor wie ein Labyrinth, ey ich bin ja, ich mach jetzt hier mal wieder zur Impf-Lastung ja, ich mach jetzt hier mal wieder zur Impfleistung ja, kann man hier mal eh nichts machen ja, müssen wir hier mal so in der Luft machen gucken wir mal, das werden's gut gehen Ich weiß es ja nicht, jetzt nehme ich schon nicht mehr mit Fraps auf, weil ich das noch mal lag. Das lag hier noch mehr, was soll ich denn scheiß sagen? Warte mal, guck mal mal. Ähm. Ähm, ich glaube es war. Okay, warum läuft das jetzt zweimal? Ähm, guck. Einmal hart. 2-8. Ich würde sagen, die sind schon immer los. Nee, warte mal, mach ich noch mal. Hey, es geht. Ja, es geht, juhu. Du bist nicht, fuck. Ich wäre gerade fast runtergefallen, aber jetzt geht's. Das ist auf dem Park. Das ist immer noch mehr, aber viel, viel, viel. Das ist alles. Also dann weg runtergebaut. Ja, weil ich bin schon gestohrt. Kann ich nicht mehr so mitkippieren. Ist da unten laberig. Also ich, ich meine ich zu dich. Ohne soll ich selber kommen. Wo? Ja, kannst du mich zu dir teleportieren? Ich meine, ich weiß den Weg, aber... Ach, hier war's? Bist du hier in Laber gefallen? Kann sein. Nein. Auuuhh. Ich mach nur so. Ich teleportiere. Ich wollte nur noch rein. Was? Arrrr. Äh, wie heißt du noch mal? Hex. Bist du hier oder du willst mich nicht komm mal was brauchst du jetzt was soll ich brauchen ja hast du dir mal also schwer zu tun ja und du hast eh du hast du dir mitgenommen oder was ja meine Sachen welche ja die Achsen so nee ich hab hier was soll du weißt du dich meine ne halt nicht machen die jetzt sie können nicht gehen mit dem Modus ich hab dir schon mal gesagt aber ich kann nur sagen ich kann eine Spitze Axt und eine Schaufel geben und ähm Rüstung ja Rüstung bleibt ja komm mal her ja komm gehen wir rein ja ja ach ja eine Axt könnte ich dir auch nicht geben Axt ne östung kommen ja ja und der Mannspielzeit hätte ich auch nicht mit ja die Schauflauf ja was hältst du davon wenn wir uns hier irgendwo eine kleine zimmer brauchen ja er hat eine nöte 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 aber auch nöte 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 also wer die nöte nöte nöne nöte 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 pit nöte 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 brauchen wir so wie ein Zimmer also kommt das hier ganz gelegen also was auch er war machen wir alles was wirklich macht ich glaube er wir müssen eigentlich noch gar nicht haben ich habe ein egal ich glaube wir haben nein ich habe es dann machen aber wir haben heute gehofft Oh mein Gott, gehen wir mal. Scheiße. Hast du den Ofen mit, eigentlich? Nee. Okay, müssen wir mal machen. Das hier kommt so. Boah, Gott sei Dank war das jetzt nicht weg. Wo bist du denn? Ober dir. Dreh dich um. Ah, hier. Los. Also. Ja, haben wir jetzt keine. Sand natürlich... Nein, egal. Ist egal. Ein riesiges Bett jetzt. Von oben und so stelle ich auch keinen rein. Okay. Hm. Ja, mach das mal. Okay. Was? Ach, ja. Das ist noch etwas zu tun. Ja, also der Marv geht jetzt was essen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Juhu. Ja. 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 Ich hab jetzt das nicht aufmerksam. Äh. Privat Drogen, wenn ihr von der Welt versteht. Ich will ihn aber nicht privat machen. ... ...